Ich lerne Deutsch. sprechen Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sprechen fließend Deutsch, Englisch und Französisch. Gestern habe ich stundenlang mit meiner Freundin gesprochen. Wir waren bei ihr zu Hause. Wir waren bei ihr zu Hause. Gestern habe ich stundenlang mit meiner Freundin gesprochen. Wir waren bei ihr zu Hause. Luisa hat schon mit dem Chef gesprochen und eine Lösung für ihr Problem gefunden. Gesprochen wird viel, aber leider wird nur wenig getan. Gesprochen wird viel, aber leider wird nur wenig getan. Der Müll liegt immer noch vor unserer Haustür. Sprich bitte lauter. Ich höre dich nicht. Hier ist zu viel Lärm. Sprich bitte lauter. Ich höre dich nicht. Hier ist zu viel Lärm. Diese Sprache wird von vielen Menschen gesprochen. Willst du sie auch lernen? Diese Sprache wird von vielen Menschen gesprochen. Willst du sie auch lernen? Sie hat eine interessante Präsentation gehalten und viel über dieses wichtige Thema gesprochen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis denn, das ist die Nachricht. Und wird bis zum Glück in die Niederlanden verbunden. Okay. Ich habe ein paar Jahre mit aus dem Kopf in die Niederlanden verbunden.